Ich bin Marcel Luftensteiner, komme aus Hagelsberg und lerne Universalschweißer. Ich wollte als erstes mal was Handwerkliches und was was mich fordert und wie ich mir als Schweißen angeschaut habe, habe ich gewusst, dass ich das will machen. Du brauchst auf jeden Fall eine ruhige Hand und du solltest dich mit den Sachen befassen, weil es doch viel verschiedene Schweißverfahren sind. Wir kommen auch oft im Betrieb aus und müssen dort etwas reparieren. Das kommen aber auch viele Aufgaben ein. Wenn ich ausgeländen bin, dann will ich da bleiben, dann will ich nur einen Master machen und dann schaue ich, was die Zukunft für mich bringt. Lebe dein Talent. Dieses Berufsporträt widmete Ihnen die WKO Oberösterreich.